um Yo yo Leute und Hallo und herzlich willkommen in seiner weiteren Aufnahme Rocket League 3 gegen 3 Ranks zusammen mit Tiarc und Gary Hallo Hallo Oh mein Gott Oh mein Gott Oh da ist Wow Respekt Und so wir geht's zwar Ne 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 Das ist halt einfach so Ironie gewesen Ne wenn du mir jetzt 3 geautet hast das wäre zu geil gewesen ich hab ihn berührt ich hab ihn auch berührt oh der verschießt oh ich kann ihn rausholen Achtung hab schon der kommt auch einigermaßen ja wenn ich los hätte das der erste verkackte hab ich auch nicht mit gerechnet oh sehr schön Ups Gary Jo Hat's geklappt? Ja es hat geklappt Nein Nein Oh nein der geht nicht der nächste geht zum Glück nicht Jo so nice nice vorlage da musste ich halt echt nichts hier machen grad außer Gas geben und springen ja ja komm schon Gary und lupt ihn aus schade wie er mit der ecke noch hinkommen ist der hätte es lupfen müssen wenn der ball auf dem dach legt Bus ach schade ich bin zurück doch nicht er ist zweifern abgesprungen ja jetzt übrigens ich hatte nach dem äh ach komm das war eine richtige Frage ach komm ja kommt der nein der kommt nicht und der nachschluss geht natürlich komplett an mir vorbei habe ich Toll ich kann nichts machen ich wusste nicht dass du hinkommst ja hier und hab deswegen die wir haben ihn ja also wir hätten ihn ja sowieso beide gehabt oh der kommt ne 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 aber ich versuche ihn wieder rein zu spielen oh der kommt viel zu scharf der kriegt direkt das jahr ganz so schlecht war der gar nicht oh fuck nachschuss dann habe ich ein problem oh sorry aber ich hätten auch gehabt du hast mich genau hinter dich gelegt quasi oh der kommt bestimmt gleich wieder tut mir leid ich habe ihn abgefälscht ich ne nachschuss kommt der schön ne 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 saugeil angeschnitten ich habe jetzt vergessen auf die kmh zu gucken aber das sind nur gekullert oder ja der ist ja quasi vom tor weggedollt so langsam war der bitte 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 nein gigafrost zu hoch ich brauche euch nicht mehr so ein gerollt ich mache hier die kollabelle a la grande wir sind nur für vorlagen und verteidigen nur für verteidigen ich für vorlagen schade ich gehe drauf er ist ja nicht dass im wald muss wenn das jetzt wieder vorlage ist auch tripling bro mhm schön was der kommt nicht muss doch hat der künstler der nicht gerät an ich war schon kurz kommen aber ihr habt ihn ausgespielt wir haben die nächste ausgespielt ihr seid das immer so machen das funktioniert einfach gegen alles fahren was sich bewegt einsteig ich auch gerne das war eine vorlage seit weit hat weg oder kommt noch mal ich hab ja ich auch einfach ein spiel gewinnt haben die silber zwei naja leute war das ist die nächste war die erste vorlagen rauskaut habe ich so sieht es aus ja okay den ersten der welt geschenkt da muss ich ja nur dagegen fahren oder sie dieselbe oh mein gott bei drei gegen drei ist das gar nicht so häufig dass man exakt gegen dieselbe spielt ja weil wir haben gar 5.000 leute eigentlich im in der li- im bracket gerät auch aber die drüß ausgesehen klack auf einmal wie es ein schluck wasser der luft war der muss mehr hatte das ist doch ganz toll wenn er in die luft aufhält k aber ich würde Oh, ne. Oh, mein Gott. Dafür hätte es jetzt wenigstens eine Panade gehen können. Wir alle drei auch. Ach, Gott. Wir haben auch wieder beide versprungen. Sehr schön. Na ja, versprung nicht. Ich habe den Gegner weggeräumt. Er hat doch versprungen, weil wir ihn nicht getroffen haben. Och. Ja, da ist. Die Durchlässigkeit kann ich machen. Jo, mach ihn. Soll ich weggeräumt. Ach, komm. Soll, alter, alter. Ich habe den Gegend nicht geschossen. Oh, los. Oh, los. Sorry. Passt, du hast rausgeholt. Ja, aber ich habe die ganze Panade gerne gestolpert. Passt schon. Oh, ja. Ja, endlich. Das war ja auch meine Vorlage. Wisst ihr, dann darf ich den auch selber reinmachen. Ich wurde da weggeschoben. Du hast meinen Schuss sogar fast noch gecleatet, ne? Ja. Ich spiele heute im Gegner, Team. Oh. Ich habe dich nicht gesehen, dass da... Ich habe nicht gesehen, dass da mal einfach von der Seite kommst. Oh, ich habe Gegner weggeräumt. Ja. Oh, sorry. Jetzt geht's ab hier. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich habe... Oh, fuck. Du hast, ja, ja. I see, I see. Oh, Zauberei. Ey, so ein Wichser, geh weg da. Du musst auch rückwärts fahren, oder? Ja, natürlich muss ich rückwärts fahren, das ist nur weißt, gell? Ciao, du kannst es ja nicht hören, aber ja, wach, 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 wach. Ja. Oh, scheiße. Ich wollte ihn durchlassen. Höö. Oh. Oh, fuck. Wir sind wie alle drei Griechen zu sehen. Ja, ich kam schief und da wollte ich noch korrigieren und durch das korrigieren, dann habe ich hier schief geschossen. Ups, ich dachte, da wäre schon jemand. Oh, fuck. Da ist... Da ist... Jack. Ah, wenn ich so lange... Oh, jetzt ist es gut. War auch geizlos. Den nehme ich mir. So, ich bin endlich wieder mit Boost im Tor. Das heißt, ich kann auch was erreichen. Da kann... So, do it. Oder muss ich jetzt? Oh, ich hatte... Oh, 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 oh. Der geht daneben. Sehr schön. Oh, ich treffe G1, mach mal eine Vorlage. Oh, 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 oh. Alter, die haben doch was reingeschossen. Oh, der kommt. Und? Oh, nein. Aber Nachschuss. Ja, ist so nice. Schöne Vorlage. Schöner Schuss. Die Vorlage war besser. Der Schuss hat doch noch draufgehauen. Ja, die Vorlage hätte auch drin sein können. Okay. Oh, mein Gott. Nein. Oh, der hat mich. Nein. Wurde da total ausgegrenzt auf links. Den Typen. Ah. So, so, so mies. Aber komm, wir gewinnen das noch und ich behalte den besten Spieler. Nein. Hübbeling. Lieber verlierst du da, als dass ich wieder gewinnen will. Best... Oh, nein. So ein Wichser. Den hätt ich gemacht. Oh. Ich war schneller. Oh, und die Raid habe ich auch im Anschluss. Du verteidigst deinen besten Spieler, aber auch hartnäckig. Ja, ich lasse euch nichts mehr machen. Oh. Es war so klar, dass er drauf schießt. Ah, wie ist es so knapp. Ja, we. Jo. Machst du überhaupt die Punkte? Ja, bitte. Garst du mehr? So, er hast du dich. Jetzt hatte ich sogar Gary überholt. Ist schon bad, ne? Ist schon echt bad. Gary. Ich habe auch eine Vorlage. Ich habe nur zwei Schüsse. Dann frage ich mich, wo hast du die ganzen Punkte her? Von dem Tor. Oh. Na. Oh. Schön rausgelenkt. Ach, komm. Yes, best game. Dafür bin ich Silber 2. Da bin ich Forse 3. Oh, Mann. Aber jetzt war es das mal mit der heutigen Aufnahmesession, Leute. Ich würde sagen, wir werden dann erstellen mal die Aufnahme. Wir haben heute alle gewonnen, bis auf die eine Runde, die wegen eines Leggings beendet wurde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal in einer weiteren Folge. Und bis dahin, servus und ciao. Ciao. Tschö. Tschö. Ciao. Tschö. 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 Schö.